hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video welcome or welcome back on my channel ich kann es nicht lassen ich muss noch mal einen rudolf machen ich habe hier schon mal die augen schwarz gemacht und die nase rot dazu habe ich ein bisschen red wine glitter von laura's art corner genommen also roten glitzer und einen tropfen rot alkohol ink und hatte das schon ausgefüllt ich dachte ich hätte es gefilmt ich habe es aber nicht so we are doing a rudolf again i'm sorry but i have to bother you with rudolfs with different kinds of rudolfs because they are just too cute if you haven't seen my last video check this out i will link it in the corner and yeah i really need to do another one because i thought or i got the question well this is a christmas mold you can just use it once a year for christmas and no i think it's not just a christmas mold because where is rudolf going in summer and i mean he has to be somewhere right so we are doing is summer rudolf today also ich hatte ja schon den rudolf gemacht es tut mir auch leid wenn ich euch jetzt mit rudolfs belästige aber zum einen diese form ist einfach zu süß zum anderen kam natürlich die frage ja das ist wieder so eine weihnachtsform die kann ich nur einmal im jahr benutzen und ich dachte mir warum ist das nur eine weihnachtsform ich mein rudolf muss ja im sommer auch irgendwo sein ne der ist ja nicht weg also machen wir ein sommer rudolf ich habe mir ein bisschen pure ghost gold in mein klares harz gemischt und hier diese beige farbene farbpaste von dipon problem diese farbpaste ist schon relativ alt und sehr eingetrocknet man kann farbpasten einfach in ein warmes wasserbad stellen dann werden die wieder flüssig dann kann man die gut umrühren und alles ist schick jetzt war ich aber schon so weit und hatte harz angemischt und hatte jetzt natürlich nicht die zeit das mehr in ein wasserbad zu stellen deswegen bin ich mit dem heißluftfön dran und habe mir die pasta etwas erwärmt aber wie ihr sehen könnt die lässt sich momentan schwer mixen weil sie einfach noch zu fest ist und ihr werdet auch leider im endergebnis sehen ich habe ein paar farbpasten flecken sozusagen drin ist aber letztendlich nicht schlimm nur wenn euch meine farbpaste eintrocknet stellt die in warmes wasserbad dann wird die wieder flüssig und ist gut ich renne noch mal gerade zum heißluftfön und versuch mir noch was aufzuwärmen so i mixed up some resin with pure ghost gold mica powder which is like an interference mica powder which means it's white and it has this gold undertone and i also got some beige pigment paste from dipon my pigment paste is quite old and it's completely hard kind of hardened this is not a problem at all just put your pigment paste in a warm water bath and then let this kind of melt a little bit it's soft it's liquid again you can stir it up it's ready to go it's perfect i already mixed up some resin so i didn't have the time for a water bath so i took my heat gun and tried to heat it up a little bit yeah well well you will see this in the end result because it's kind of clumpy and and thick and it's not really mixing into the resin very well um i have to check all my pigment paste and just give them a warm water bath so they are ready to go and i don't realize this when i already mixed up some resin but anyway it works you will just see this in the end result but anyway i think it doesn't matter it's cute anyway so i just mixed up the pure ghost gold and this kind of beige color and we can pour our our rudy so also ich habe das das ganze angemischt wie gesagt ich muss einmal durch meine ganzen farbpasten gehen die einmal alle in ein warmes wasserbad stellen und naja jetzt können wir erst mal unseren rudolf machen ach so ich habe natürlich wie ihr gerade gesehen habt noch ein bisschen ein tropfen braun alkohol ink reingepackt ich wollte es noch ein bisschen dunkler haben das ist von octopus resin ink espresso das ist mir aber zu wie soll ich das sagen gräulich braun also so ein kühles braun ich habe noch von einer anderen firma irgendwie ein espresso da da versuche ich jetzt auch noch mal ein tropfen das hatte ich mir auch irgendwann mal steht auch schon ewigkeiten rum heißt auch espresso ich meine das ist von tim holz das ist ein etwas wärmeres braun das sind immer nur nuancen aber das ist ein bisschen wärmer deswegen mache ich mir davon noch ein tropfen rein so i also mixed up one drop of octopus resin ink in espresso but this is like a cooler brown and i also got the resin ink in espresso from tim holz no the alcohol ink from tim holz in espresso this is a little bit more a warmer brown so one drop of each just to kind of darken this color just a little bit stir this up really well and then we can pour the rudolf also ich mix mir das alles gut durch diese zwei braunen töne ihr könnt da wie gesagt auch noch ein bisschen braune farbpaste reinnehmen braunes mica was ihr wollt und das einmal gut durchgemischt und jetzt gießen wir erstmal unseren rudy schön langsam das ist das harz die form ist statisch und es zieht auch gerne mal das harz über den rand hinaus das kann ein bisschen sauerei geben aber wenn ihr ganz nah an die form geht und in einem schwung gießt nicht diesen ganz dünnen strahl sondern ein bisschen dicker funktioniert es ihr könnt alternativ wenn ihr unsicher seid das ganze auch einfach in einen spritzbeutel packen und mit dem das loch ein bisschen größer schneiden und dann damit ausfüllen so you have to be a little bit careful because this mold is it's a little bit static so if you pour like a really thin stream this stream will kind of land everywhere if you are insecure just take a piping bag and make this hole a little bit bigger and then you can fill up this little this little rudolf without getting the resin everywhere just go really close to this kind of rudolf insert just go with your cup or with the piping bag go really close and then pour and this prevents all this spilling around because of this static mold just a little tip because yeah it can be messy underneath the nose there is also like a tiny little crevice for the rudolf so just take your dotting tool and kind of push this into this little crevice unterhalb der nase ist auch noch so ein ganz kleiner rand wenn das harz da nicht von selber gerne reinfließen möchte nehmt einfach ein dotting tool und schiebt euch das quasi wie ihr sehen könnt einfach so ein bisschen da rein dann verteilt sich das harz manchmal bleibt harz ja einfach an einer stelle stehen und naja ja was jetzt noch passiert ist folgendes ich habe noch ein bisschen harz im becher und dachte mir ich gieße das dort unten sitzt die unvermischte menge von der farbpaste seht ihr seht das vielleicht könnt ihr das sehen diesen farbunterschied das macht nachher diese flecken aber gut ist es egal so i made this kind of mistake um there is unmixed pigment paste in my cup at the bottom and i just pour this into the mold as well and i don't know if you can see this on camera the color is slightly different and this is what you will see in the end result i should have mixed up this resin again or i should have just leave it anyway next step we let this cure and then i will go in with my 3d snow again and as i mentioned in the last video you have to let this dry really well and when i say this do what i say not what i do i was too too quick it wasn't really dry and you will see what i mean in the end when we demold ich habe mir diesen 3d schnee genommen ich mache mir noch gerade ein bisschen rotes my cup pulver um die nase rum und wenn ihr das letzte video gesehen habt habe ich euch ja gesagt lasst diesen 3d schnee wirklich wirklich trocknen und zwar 100% und wenn es 5 stunden dauert bitte macht was ich sage und nicht was ich tue weil ich war natürlich zu ungeduldig ich dachte ja das wird schon trocken sein das passt schon und ihr werdet nachher wenn ich entforme sehen was passiert es ist nicht schlimm wir können das problem total einfach lösen ist überhaupt kein thema aber achtet darauf wenn ihr diesen 3d schnee nehmt dass ihr es wirklich trocknen lässt so i just painted this rim around the nose with just with some it's called cranberry red it's just red mica powder from dip on just to kind of let this nose glow a little bit more i just wipe off the excess and then i can start my first layer of clear resin ich mache jetzt das überschüssige noch ein bisschen weg weil wenn man jetzt klares harz gießt verteilt sich das mica ganz gerne noch man hat manchmal so eine schicht oben drauf noch das ist das überschüssige was sozusagen hoch schwimmt und da ich jetzt klares harz nehme möchte ich natürlich nicht dass man das sieht aus dem im grunde habe ich das so ein bisschen das überschüssige weg gemacht und jetzt mache ich wie gesagt einfach eine dünne schicht klares harz gehe einmal mit meinem heiß luft füllen rein um die bläschen manchmal bleiben die an dem boden der form kleben um das alles zu lösen entferne wirklich alle bläschen schubst das so ein bisschen in die ecke ihr könnt auch wenn ihr die form auf so einen pappteller sozusagen legt so wie ich auf so eine pappe könnt ihr auch die ganze form so ein bisschen nach rechts und links schieben oder halten so wie ich das gerade mache und dann fließt das überall hin so i just go in with my heat gun remove any bubbles and you can just put your mold onto a cardboard and then you can tilt it it makes life a little bit easier so the resin goes in every corner and yeah then i mixed up some light green which is kind of a white pigment paste mixed in with some green just to give this really light green effect and i will just put a little bit of this light green on the bottom of the mold ich habe jetzt ein bisschen grün angemischt das ist weiße farbpaste ocean wave white von dipon und ich habe ich weiß nicht mehr welches grün genommen einfach nur ein mini mini bisschen grün um das ganze hellgrün zu kriegen mache mir das unten in die form so als wiese sozusagen und jetzt habe ich noch trockenblumen die habe ich auch schon bestimmt anderthalb zwei jahre im keller liegen die habe ich mir jetzt mal wieder rausgekramt und jetzt fange ich einfach an die quasi zu platzieren da wo ich meine wo die hinpassen lege ich einfach die blumen rein so after the green i just take some dried flowers i have these flowers i think they're from amazon i've aliexpress i can't really remember because i have them for i don't know one and a half years kind of ages and they are sitting in my basement and i thought i would just grab them and we will put some flowers in and just place them wherever you like you can use colors of dried flowers whatever your heart desires this one was too big i just go in and place those flowers kind of everywhere in the mold until i'm happy and then we will let this cure also ich platziere mir jetzt quasi diese blumen da wo ich sie gerne haben möchte wo ich das schön finde mal ein paar kleinere mal ein paar größere so wie ihr lustig seid die blumen ich meine die sind entweder von amazon oder die habe ich mir aber bei aliexpress bestellt ich kann es euch echt nicht mehr sagen weil ich die schon so lange habe aber die findet man ja tatsächlich überall amazon aliexpress timo überall gibt es diese getrockneten blumen und ich verteile mir die wie gesagt jetzt überall da wo ich wo ich es ganz gut finde räumen den ganzen mist ein bisschen auf und dann lassen wir das ganze erst mal etwas aushärten damit die blumen wirklich sozusagen fixiert sind so we will just let this cure so my flowers really stay in place and then we can pour the next layer it's a multi-layer project it is what it is i put another layer of clear resin on top because the flowers are kind of deep so if i do a colored background my flowers will disappear so that's why i just do a second clear coat ich mache nochmal eine klare schicht harz drauf weil diese blumen teilweise besonders die dicke rosane da die ist wird ein bisschen dicker und tiefer und wenn ich jetzt schon farbe gieße dann verschwinden mir die blumen ein bisschen zu sehr im hintergrund deswegen gehe ich diesen extra schritt und mache nochmal eine klare schicht drauf damit die blumen wie gesagt nachher nicht verschwinden das ganze wieder aushärten lassen es ist ist mehrschichtig aber es lohnt sich man muss ein bisschen warten und es dauert natürlich ein bisschen länger aber es lohnt sich so letzter schritt ich habe mir zweimal blau angemischt also einmal weiße farbpaste mit nur ein ganz bisschen blau und einmal weiße farbpaste mit ein bisschen mehr blau so dass wir zwei unterschiedliche hellblautöne kriegen und ich habe ein bisschen klares harz und da habe ich mir etwas nordic color shift reingemischt so last step i mixed up two different shades of blue i just took some white pigment paste um and then in one cup i added just a tiny bit of blue and in the other cup a little bit more so that i get two different shades of blue then i have some clear resin and i mixed in some nordic color shift which is as yeah as the name tells a color shift it's a white pigment powder and it has this beautiful um like blue green pink undertones it's just it's it's stunning and now i will do a dirty pour i am really sorry that i'm out of frame but i hope you can see it at the top of the picture the frame i just take a bigger cup and i kind of alternate the colors into this cup ich habe mir wie gesagt jetzt einen größeren becher genommen es tut mir total leid dass ich hier etwas außerhalb des bildes bin aber ich glaube ihr könnt es oben am rande noch sehen ich gieße die farben abwechselnd da einfach rein also das dunklere blau das hellere das nordic color shift das wiederhole ich einfach und ich glaube drei durchgänge oder so gieße mir das abwechselnd in diesen großen becher ich glaube ich sehe es auch gleich und schieb den becher ein bisschen mehr in die kamera ich hoffe es zumindest ins bild ja ich glaube jetzt habe ich es gesehen i think i just realized that i'm a little bit out of frame so i will just fix this a little bit more okay so you can see i'm just alternating my colors into this bigger cup and then i just take my stick and swirl it just a tiny little bit i don't want the colors to really mix but i don't want to have these kind of blobs so i just swirl them like two times and then we can pour them ich gieße mir das erst alles da rein und dann gehe ich hin seht ihr gleich mit meinem rührstäbchen und mische mir das einmal durch nicht zu viel also nicht wild rühren sondern einfach nur ich glaube ein zweimal so ein ganz bisschen verteilen damit das jetzt nicht so drei blobs sind sondern damit die farben untereinander so ein bisschen mehr vermischt sind aber wie gesagt nicht zu viel das seht ihr gleich auch erst mal kratze ich alle becher aus ich möchte ja kein harz verschwenden übrigens die menge ich habe jetzt wirklich immer frei schnauze angemischt ich kann euch gar keine grammzahlen sagen das was ich mir jetzt angemischt habe in dem becher reicht nicht um die form komplett zu füllen finde ich jetzt nicht schlimm das ganze ist ein bisschen dünner halt zum schluss aber ich glaube ich habe so 120 g ungefähr angemischt würde ich jetzt mal so grob tippen und es reicht nicht als hätten bestimmt 200 sein können hier seht ihr wie ich einmal so leicht durchswirrle und das war's so i mixed up um i think it's about 120 grams it's not enough to fill up the mold i didn't really measure the mold so um probably 200 would have been okay but i think it's not a problem if you want to fill up the mold to the top you can do a last layer on top i just leave it as is it's like a thinner background but i don't really care that's totally fine but just to let you know 120 is not enough but anyway um yeah i just pour this in it's it's like it's a dirty pour i just um empty my little container and then we will let this cure and i will see you for the molding also ich kratze jetzt hier noch gerade die reste ein bisschen aus ich gehe da auch gar nicht mehr groß drüber ich lasse das einfach so und dann sehe ich euch zum entformen so wieder etwas später es ist alles durchgeärtet soweit ich muss noch ein bisschen vorsichtig sein weil könnte vielleicht noch zwei stunden stehen aber ich bin einfach zu neugierig so we are ready to demold i have to be careful because it's a little bit soft right now on the back side it's okay but not fully cured i should have way or i can wait probably two more hours but i was just too curious are you ready so look at this and now you will probably see where are his eyes wo sind seine augen hin und das ist das was ich meinte mein schnee war nicht hundertprozentig getrocknet so my snow wasn't fully dried that's why my eyes just kind of were stuck in the mold but it's not a problem at all i just took some white acrylic paint painted the white area and glued on the eyes ich habe einfach ein bisschen weiße acrylfarbe genommen habe diesen bereich noch mal angemalt die augen mit uhu drauf geklebt und alles ist schick und ich finde dieser himmel auch der sieht total toll aus der sieht wirklich aus wie wolken i really like this kind of sky looks like clouds in the sky i just love it i hope that you enjoyed this little summer rudy now you know where he has been in the summertime and yeah just as always leave me a thumbs up subscribe to my channel give me a comment down below and i will see you in the next video ich hoffe es hat euch gefallen ihr wisst jetzt wo rudy im sommer ist wie immer hinterlasst mir einen kommentar ein abo und wir sehen uns im nächsten video